Neues Jahr, neues Equipment und zwar das Rode Wireless Go und in diesem Video packen wir es zusammen aus. Ich erzähle euch ein bisschen zu den Mikrofonen und erkläre warum es überhaupt eine Funkstrecke geworden ist. Viel Spaß! Bevor wir das Ganze auspacken, erkläre ich nochmal kurz was eine Funkstrecke überhaupt ist. Und zwar haben wir hier, wie man auf der Verpackung vielleicht sieht, einen Sender oder einen Empfänger und die sind miteinander verbunden. Der Empfänger sitzt meistens auf der Kamera und nimmt dann auch den Ton direkt in die Kamera auf, über ein kleines Kabel und dann über den Mikrofonanschluss in die Kamera. Und der Sender, der sitzt am Körper oder in der Hosentasche. In dem Fall kann man sogar mit dem Sender direkt den Ton aufnehmen und der wird dann über WLAN-Signale an den Empfänger und dann auch in die Kamera direkt auf die Videospur übertragen. Aber man kann auch noch beim Sender ein zusätzliches Mikrofon, zum Beispiel hier ein Lavalier-Mikrofon, anstrießen. Und das Ganze ist natürlich sehr praktisch, weil man den Ton im Nachhinein nicht mehr synchronisieren muss. Im Moment mache ich das so, dass ich einfach ein Handy nehme und dann mein Lavalier-Mikrofon, das Rode Smartleaf in das Handy stecke und dann die separate Tonspur auf dem Handy gespeichert habe und das Ganze natürlich noch mit der Videospur synchronisieren muss. Und das ist jetzt in dem Fall nicht mehr so. Deswegen sind Funkstrecken da auf jeden Fall sehr praktisch. Und es handelt sich hierbei um das Rode Wireless Go. Und wir packen es jetzt aus. Ich suche mal kurz mein Unboxing besser. Und die Besonderheit bei diesem Rode Wireless Go ist eben, dass es besonders kompakt ist und sehr, sehr leicht. Also es wiegt wirklich nur 31 Gramm und das ist schon sehr gut. Vor allem, weil man ja meistens auf der Kamera nicht so ein großes Gerät drauf haben möchte und vielleicht auch gar nicht drauf passt, falls man noch eine Videoleuchte hat oder so. Und ich versuche mal das Ganze hier aufzubekommen. Und ich habe den Trick gefunden. Das ist so ein Karton, den man hier einfach rausschieben kann. Und das haben wir hier. Hier haben wir eine ziemlich schicke Verpackung. Sogar mit einem Streifen, den man einfach abziehen muss. Also hier brauche ich mein berüchtigtes Unboxing-Messer nicht mehr. Und ich kann das einfach auf dem Boden liegen oder runterfallen lassen. Ich mache das Ganze hier mal auf. Das geht, glaube ich, so rum. Genau. Und dann haben wir die Verpackung aufgemacht. Und uns erwartet hier einmal ein Quickstart-Guide. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber hier werden nochmal die kurzen Funktionen von Sender und Empfänger erklärt. Und hier erwartet uns auch schon das Gerät oder besser gesagt die beiden Geräte. Und sie sind doch wirklich so klein, wie ich das Ganze auch erwartet hatte. Die beiden Geräte haben offiziell eine Reichweite von 70 Metern. Von dem, was ich aber im Internet gelesen habe, ist das nicht immer der Wert, der dann auch in der Realität zutrifft. Aber ich werde das Ganze wahrscheinlich auch nicht für so große Distanzen nehmen, weil es eben hauptsächlich für diese YouTube-Videos hier gedacht ist. Und wir gucken, bevor wir uns zum Herzstück oder zu den Herzstücken begeben, einmal das Zubehör an. Wir haben hier einmal zwei Windpuschel. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass der Sender auch ein eingebautes Kondensatormikrofon hat. Und da ist so ein Windpuschel natürlich manchmal ganz praktisch. Das eingebaute Mikrofon werde ich wahrscheinlich aber nicht nutzen, weil ich schon ein rotes Smartlav habe. Das ist ein Mikrofon für Smartphones, da brauche ich auch noch einen Adapter. Mehr dazu aber gleich. Dann ist hier noch so ein Trockentüchlein. Und ganz wichtig, das Kabel, das den Empfänger, der ja auf der Kamera sitzt, mit der Kamera selber verbindet. Ist ein schönes rotes Kabel und auch ein Spiralkabel. Das heißt, man ist da ein bisschen flexibler, falls man das Ganze irgendwie um die Kamera legen muss. Das packen wir aber auch erstmal zur Seite, genauso wie die Windpuschel. Und dann haben wir hier noch eine, wie ich finde, ziemlich schicke Neopren-Tragetasche. Damit Sender und Empfänger auch auf Reisen sicher verstaut sind. Ich packe jetzt mal hier die Verpackung weg. Und wir widmen uns den Herzstücken. Übrigens sind noch zwei USB-C Kabel mitgeliefert. Das ist übrigens auch ziemlich cool. Das Ganze ist sehr neu, deswegen ist hier auch USB-C verbaut. Und die Akkulaufzeit soll offiziell sieben Stunden betragen. Aber man hört auch, dass es teilweise länger geht. Und ihr seht es hier im Größenvergleich. Die beiden Geräte sind wirklich sehr, sehr klein. Und wir haben hier einmal den Sender mit dem eingebauten Kondensatormikrofon. Da kann man dann hier eben auch den Windschutz dran machen, falls man das denn möchte. Und den USB-C-Port und dann natürlich auch noch einen Anschluss für ein weiteres Mikrofon. Und hier kommt auch schon die nächste Besonderheit ins Spiel. Denn ich habe zusätzlich noch einen Adapter, nicht von Rode Direkt, sondern einen anderen gekauft. Damit ich mein Rode Smartlav an dem Rode Wireless Go nutzen kann. Weil das Rode Smartlav, wie einige von euch vielleicht wissen, ist ein Smartphone-Mikrofon. Also hat es auch den Standard TRRS. Also hat es drei Ringe, drei schwarze Ringe, wenn man sich die Klinke anguckt. Und das passt dann nicht in das TRS-System, was hier der Sender des Rode Wireless Go hat. Deswegen braucht man einen Adapter von TRRS auf TRS. Und ich muss auch erstmal genau gucken bei Amazon, dass ich nicht den falschen Adapter bestellt hatte. Weil man mit diesen Buchstabenbezeichnungen oft durcheinander kommt. Hier haben wir noch zwei Status-LEDs für Akku und Verbindung. Und diesen Sender kann man hier mit Hilfe eines Clips, wie gesagt, auch direkt nutzen mit dem Kondensatormikrofon. Und hier ist dann noch der Empfänger. Der hat dann auch noch ein kleines Display. Finde ich auf jeden Fall praktisch, damit man die Akkulaufzeit im Überblick behalten kann. Ich habe auch schon gelesen, dass man da jeweils einstellen kann, wie sehr das Ganze verstärkt werden soll. Wie hoch die Lautstärke also ist, dass man das Ganze nicht intern in der Kamera regeln muss. Dazu haben wir hier einen Dezibelknopf und dann auch noch einen Verbindungsknopf, damit man Sender und Empfänger auch komfortabel verbinden kann. Und das Ganze muss man nicht in die Kamera aufnehmen. Man kann dieses Kabel auch von Empfänger in einem Recorder stecken, falls man die Tondatei aus irgendwelchen Gründen doch extern aufnehmen möchte. Finde ich auf jeden Fall ziemlich praktisch. Das macht dieses System auch sehr vielseitig, trotz der kleinen Größe. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze auch in meinem Video schlägt. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich ein Video machen werde, aber da werde ich auf jeden Fall jetzt einige Zeit lang mit rumspielen, so dass ich das Ganze wirklich ausgiebig testen kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020